Da ich nun in der letzten Zeit viel auf dem Hypixel Server spiele, habe ich mir gedacht, könnte ich mir dort einen Rang kaufen. Gesagt, getan, also bin ich heute zur Tanke gegangen, habe mir dort eine PaySafe Card geholt und werde mir heute in diesem Video einen Rang kaufen. Servus Leute und willkommen zu einem neuen Video. So, zuerst einmal müssen wir in den Shop von Hypixel gehen. Da geben wir ein, shop.hypixel.com. Auf dieser Seite müssen wir dann auf die Ränge gehen. Manchmal muss man sich dann auch noch erst mit seinem Spielernamen einloggen, damit es auch auf den jeweiligen Account dann geht. Wenn ihr euch auch so einen Rang kaufen wollt, dann würde ich euch empfehlen, macht zwei Extra-Tabs auf. Am besten ein Tab zum Suchen und ein zum Übersetzen. Dann geht ihr hin. Wir haben jetzt 10 Euro PaySafe. Gucken wir hier, was das umgerechnet sind. Geben wir in den Tab, geben es ein. Ach so, sagen wir nach der Hinterschreibendollar. Sind ungerechnet 15. Okay, das ist zu teuer, also gehen wir zum VIP-Plus-Rank. Rank. So, wir sind 7, also 7,92 Euro. Heißt, wir gehen jetzt hierher. Kling jetzt auf den. Add to Cart. Also in der Einkaufswagen auf Deutsch. So, dann füllen wir das Ganze mal aus. Und sehen wir uns gleich wieder. Bestätigen wir mit der jeweiligen Bezahlungsort. Dann geben wir jetzt hier die PIN ein. Okay. Schon bezahlen. So, jetzt haben wir das Ganze bezahlt. Und nun haben wir hier einen kleinen Text. Den übersetze ich mir mal kurz. Copy, Paste. Wer kennt es nicht? So, und dann haben wir hier. Ihre Zahlung wurde erfolgreich verarbeitet. Okay. Das Einzige, was mich jetzt stutzig macht. Bitte kontaktieren Sie Mojang und Bycraft nicht. Wollen Sie uns was verheimlichen? Aber gut. Die sagen jetzt. Wir haben das jetzt gekauft. Wir sollen uns jetzt wieder einloggen. Und ab da, wo wir uns eingeloggt haben und wieder auf dem Server sind, dann kann es bis zu drei Stunden dauern, bis wir den Rang kriegen. Aber je nach Zahlungsort vielleicht auch bis zu mehreren Wochen. Das haben sie uns hier gesagt. Wenn ich ein Problem habe, soll ich mich an einen Mitarbeiter auf dem Server oder unseren Support Service wenden. Okay. Nach dem erfolgreichen Kauf loggen wir uns mal ein und schauen, was passiert ist. Nun sind wir in unserem Minecraft Spiel drin. Gehen wir mal auf dem Hypixel Server. Und gucken mal, was passiert ist. Und das haben wir schon. Your purchase has been processed. So. Und jetzt steht hier, ich habe den VIP Plus Rang. So. Und wenn ich ein Problem habe, dann soll ich Support anschreiben. Und jetzt sind wir hier. Dann haben wir zwei Erfolge freigeschreiten. Very important person. Very, very important person. Super. Schreiben wir. Gucken wir gleich mal, wie das aussieht. VIP Plus. Wow. Cool. Wir können fliegen. In der Tat. Und, was zeigt es an oben? VIP Plus und grünes Plus. Cool. Also ich glaube, das hat sich wirklich gelohnt. Wir haben jetzt einige Vorteile gegenüber auch den anderen Spielern. Und das Coole ist, ich kann jetzt mich hier oben hinstellen, zur Begrüßung zum Beispiel. Oder wir fliegen halt noch ein bisschen höher. Hallo Leute. Und so. Richtig cool. Okay. Nice. Das ist schon mal cool. Und. Okay. Also das Ganze macht mir gerade Spaß. Das. Geniale ist natürlich auch. Wenn ich mir jetzt einen MVP-Rang holen würde, dann müsste ich nur noch die Ergänzung bezahlen. Also nicht mehr den vollen Preis. Sondern nur noch den Unterschied quasi zwischen dem jetzigen bezahlten Preis und dem Preis für den MVP-Rang. Und nur noch den Unterschied muss ich bitte drauf bezahlen. Und schon habe ich dann den nächsten Rang. Das ist richtig cool, finde ich. Ja. Ähm. Leute. Ich werde mich jetzt in Zukunft noch ein bisschen genauer mit dem ganzen Thema auseinandersetzen. Und gucken, was ich vielleicht, ähm, da jetzt für Vorteile habe. Ähm. Da werde ich mich nochmal genau mit auseinandersetzen. Ähm. Ja. Wenn ihr wisst, was man genau alles mit dem VIP-Plus-Rang, ich sehe jetzt das hier nochmal, ähm, alles anstellen kann. Dann schreibt mir es gerne unten in die Kommentare. Ähm. Ich freue mich gerne über eure Ideen. So, Leute. Das war es wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr mich auch gerne kostenlos abonnieren. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Leute. Ciao. Bis dahin, Leute. Äh, okay.